Okay, da sind wir wieder. Nach einem kurzen Abstecher zu... ...der Bachelor. Hast du dich gehalten? Äh, nö. Ich bin dein Mann. Dann sind sie alle weiter. Mein Gott, Zombies. Shit! Die haben die... Shit! Schießt dauernd daneben. Das kann's eigentlich. Boah, hat er gekotzt. Boah! Der hat vielleicht gerade Silvester gefeiert. Hey, die haben sich selbst geprügelt. Kommt das vor? Äh, nö. Ich wurde mal... ...von einem Hunter hier... Also wir müssen jetzt hier rüber, ne? Und dann wurde ich mal vom Hunter... Warte, dann lass ich hier nachgucken. Ah, nix. Ja? Irgendwas war mal. Hier irgendwie an der Stelle ist mal irgendwas mit dem Hunter passiert... ...und dann konnte ich nimmer zurück auf den Weg. Was war? Wo hat er mich hingezogen? Ne, er kann mich nicht zurückgezogen haben. Weil dann kann ich ja wieder runterspringen. Irgendwas was ist... Boomer! Sowas. Okay. Interessant. Ich weiß nicht. Wie war das? Ich bin anscheinend irgendwo hingezogen, wo ich dann nimmer zurück konnte. Was machst'n du da? Ich hänge. Ja, richtig. Hängen geblieben. Waffen. Zombies. Hier gibt's Waffen, sag ich doch. Mach wie nett. Autoshotgun. Boah, wieso war ich denn so tot? Du was, so tot? Hey, hier gibt's Gezenke. Pfff. Sorgbomben? Mhm. Cool. Wo denn? Danke, Mann. Ich hab'se genommen. Ach so, war nur eine. Wir sind sozusagen in einem Hotel. Was liegt denn da? Ah, Molotov. Molotov. Ähm, scheinbar wollen wir nach oben. Was haben wir denn hier noch? Fernseh? Wer ist was denn? Doppelbett, und da? Ey, Bill, Luis, wollt ihr? Du sollst dir nicht ein Zimmer aussuchen. Du schnaufst, ja. Voll ins Mikro. Echt? Es ist die erregende Freude. Überall. Zimmer, oder was? Ah. Geh lang. Aha. Was denn? Oh. Ach, das ist nicht die Autoshotgun. Noch nicht, ja. Senken Sie den Kran mit Hebel. Mhm. Morgi, nett. Reloading. Hä? Die Dumme. Sie ist runtergehüpft. Die Dumme? Die Dumme. Cool, hier kann man auch gut verteidigen. Soll ich drücken? Ja, ja, doch. Da ist ein Kanister. Mhm. Oh, boah, was sind Leute aufgeregt. Cool, ich bleib hier. Die kommen natürlich von da, wo ich den Kanister nicht hingeworfen hab. Oh. Sau gemein. Ja, die kommen bestimmt noch gleich durchs Haus. Hinter dir, hinter dir, hinter dir. Okay. Ah, 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 what is happening? Ich hab Feuer gemacht. Ich habe Feuer gemacht. Mein Smoker hat Bill gefesselt. Ah, hat er nicht. Ist da oben auf dem Mikron. Was macht denn der Bengel im Mikron? Guck mal hier. Zum Feuer. Ah, gut. Oh, ha. Oh, was ist das? Geht doch. Smoker. Auf dem Kran ist ein Smoker. Jetzt nehm' ihn. Huah! 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 Was machst du, was du da machst? Äh, meine Asia-Fight-Skills ausgepackt. Ach schade, der ist drübergeworfen. Der eine ist voll abgestürzt wieder. Wo ist er hin? Wir wollen nach hier, glaub ich. Ja, aber da hinten war noch ein Hunter, deswegen wollte ich mal gucken. Ah, der wird sich melden. Tch. Wenn er was will, meldet er sich. Ich hör' ne Bitch. Ich hör' ne Bitch. Ich auch. Sitzt wahrscheinlich wieder irgendwo mit dem Weg. Wir sollten zur Sicherheit... Oh, die sitzt schon wieder da mitten auf dem Tisch. Zeig' ich. Tisch. Wo wir lang müssen. Direkt hier, um die Ecke, rechts. Ja, wir können durch den anderen Raum gehen. Ach so, dann ist gut. Idiot. Du Luis. Luis. Luis! Uiiz! canalik da hat er zu hören. queue historical Erste Hilfe ist Station und Pillen, natürlich. Oh, passt aus ein bisschen Zuckerpapier? Nee. Arme Munition. Mein Copyshop ist pleite gegangen während der Zombie-Apokalypse. Kamen zu viele Kunden. Genau. Wirklich, wir folgen dem Blut, alles klar. Guck mal hier, es ist sauber. Also sind alle anderen auch gut durchgekommen. Ich nehme an, hier. Tank. Hier. Ha. Sehr gut. Guck mal, da hinten ganz viele Zombies. Ja. Die spielen Büro. Ganz viele Zombies im Büro, wie in echt halt. Du musst eigentlich nur knapp über die Balustaten drüber schießen. Ich hab ein Schrofflinden. Wann hast du? Nehmen wir Headshots. Schrofflinden, Entrepreneur. Ah, Exit. Und Stairs. Und Zombies in der Abständkammer. Schlimmer, wir wollen Runde. Ja, der Chef, sagen wir so. Da hat die Sekretärin ihren Klam. Zombie vor dir. Ich seh ihn schon, kein Problem. Da hinten auch. Guck dir gar nicht in die Zimmer rein. Ja, da stehen die Zombies direkt an der Tür. Ja. Ist dein Job, die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Was wär ich? Siehste? Ja. Piechert. Falls derjenige irgendwann mal wieder arbeiten möchte, kommt er ein freies Büro. Da ist auch was drin. Oh, schon wieder eine Witch. Was? Noch eine? Ich hör sie. Na ja. Ich auch, deswegen sag ich schon wieder eine Witch. Die hat jetzt genau hier an der Tür sitzen müssen. Richtig. Da hinten ist er auch. Wo ist er? Wo ist er ganz wo? Ich bin aufgereden! Ich bin aufgereden! Und jetzt mach ich süß! Ich bin aufgereden! Zutó! Wir müssen hier raus, oder? Zweite Pistole hier. Yeah. Ich hab schon zwei. Ne, hab ich nicht. Oh, da sitzt sie. Aber wir müssen an ihr vorbei, aber ich glaube, wir können weit genug drum rum gehen. Können wir nicht hier lang gehen? Ne, können wir nicht. Nope, wir müssen... Funzel aus. Und durch. Müssen wir nicht langsam gehen? Ich dachte immer, wir müssen langsam gehen. Ach was. Okay, charge. Warte mal, die... Ach, die Idioten! Die macht immer Geräusche. Oh, jetzt hat sie den Wind zerlegt. Er ist tot. Oh! Boomer, boomer, boom, 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 boom! Okay, kommt zum Safehouse. Boom. Self-Storage. Man kann nicht selbst lagern. Root has will be shot, okay. Und, Loch zu. Are you ready? Hehe, hehehe. Komm, ist er nicht mehr da, der Bill? Ist das Loch zu. Oh, aber deutlich mehr. Ja, ich hab auf dem Kragen gesessen und nichts gemacht. Hm, ja, ja, klar. Rüstete Bill ist der beste Tankschlechter. Kann man nix sagen. Tankschlechter, ja. Witsch. Witsch. Ist immer gut, wenn du sie nicht erschreckst, dann kannst du Spielschaden auf sie machen. Ja, ja. Okay, ich weiß nicht. Ich weiß nicht.